Gestern Abend war ich unterwegs zu einer Party. Und jetzt, nachdem ich ein Flugzeug ab schurzknapp überlebt habe, sitze ich im Gefängnis in einem fremden Land, zusammen mit der Frau, von der ich gerade geschieden wurde. Und um dieses Abenteuer unbeschadet zu überstehen, brauchen Sie schnellstens ein Wunder. Nein, mein Junge. Wunder dauern etwas länger. Auf das Vierte. Adieu Tristesse.